Simon Nickli-Luder holte dank ihrem Orientierungssinn laufend 23 WM-Titel. Dazu garantiert er die EGK einen Gesundheitsvorsprung. Ist das für das gesunde Laufen? Laufend gesund, dafür steht die EGK. Die EGK Gesundheitskasse bietet individuelle Versicherungsprodukte für Gesundheitsbewusste an. Prävention und komplementäre Heilmethoden stehen dabei im Zentrum. Zum Gewinnen gehört mehr als nur schnell sein. Deshalb setzt Simon Nickli-Luder mit der EGK auf intelligente Gesundheitswege. Was ist ihr Rezept? Ich finde es wichtig, dass man auf einen eigenen Körper lasst, sodass man einen individuellen Trainingsplan zusammenstellen kann, der zum Erfolg führt. Simon Nickli-Luder orientiert sich beim Laufen. Die Gesundheits-App Meine EGK hilft auch Ihnen, sich zu orientieren. Die EGK unterstützt und schützt mich in allen Lebenslagen. Dabei bestimme ich, was mir wichtig ist. Natürlich EGK – die einzige Gesundheitskasse der Schweiz.